Hallo meine Lieben, hier ist eure Mrs. Crazy Diamond. Und zwar habe ich ja was gewonnen bei der lieben Emela. Und das wollte ich euch einmal noch zeigen. Und zwar habe ich beim letzten Stream, beim 12-Stunden-Stream, den sie gemacht hat. Oder beim letzten, auf jeden Fall bei einem Stream, Livestream bei ihm, bei ihm Emela, habe ich einmal Washi-Tape gewonnen, einmal das hier. Das sieht voll schön aus. Das ist richtig toll. Mir gefällt das. Und ich habe so einen süßen Cover-Minder gewonnen. Den packen wir jetzt mal aus und dann zeige ich euch den. Der ist voll schön gemacht. Das ist von einer Zuschauerin gemacht worden. Die hat die Zuverlosung zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, man sieht es jetzt auch gut. Seht ihr, das ist so süß. Der ist so niedlich. Und der glitzert. Seht ihr, dass der glitzert? Das ist so richtig süß, der glitzert. Och, das ist so toll. Und natürlich auch von der Rückseite. Von der Rückseite auch. Ich muss meinen Arm selber stützen, sonst wackeln wir zu sehr. Das ist der kleine, also schön klein. Ne, der schön klein, auch vom Magneten her. Und ich finde das so süß. Auch das Geweih, das Geweih, das hier richtig, richtig detailliert. Und auch mit den Augen und die Nase, die schöne Stupchnase. Ich finde das toll. Vielen, vielen Dank dafür. Für, ähm, Your Diamond Painting. Wer das noch nicht kennt, einmal drauf gehen, einmal vorbeischauen. Bei Your Diamond Painting. Das ist eine Künstlerin von Your Diamond Painting. Total schöne Bilder machen, machen die Künstler. Und, äh, das ist es auch wert, äh, zu bezahlen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, dann einmal, wer noch nicht ist, auf unserem Discord, der kann da einmal mit reinkommen. Da habt ihr jetzt alles drauf gesehen. Einfach mal vorbeikommen. Einfach mit auf dem Discord kommen. Wir freuen uns über euch. Definitiv. Ihr habt noch ein paar Vorteile. Zum Beispiel bei Pitcho Moon Art. Da kriegt ihr Prozente. Wenn ihr zum Beispiel bei uns auf dem Discord seid und den, äh, Prozentcode eingibt. Den werdet ihr gewahr, wenn ihr bei uns auf dem Discord bleibt. Pitcho Moon Art. Da gibt es allerlei Sachen. Ähm, wir haben hier zum Beispiel, auch ein Treueprogramm hat sie, äh, wo dann kleine Überraschungen bei rauskommen, ist, äh, Diamond Painting, Schiffchen, äh, Steine, äh, Lockbuch, Zubehör, Resinart, äh, 3D-Druck. Ähm, ähm, es ist wirklich, da einfach mal vorbeischauen bei der Pitcho. Äh, ihr seht es richtig vielfältig. Und, äh, ja. Ja, ich find's cool und alleine, alleine das hier find ich schon toll. Dieses Emote gibt es, äh, bei Your Diamond Painting, glaub ich, auch als Diamond Painting, äh, zu kaufen. Ähm, genauso wie hier unsere Diadara. Die Diadara, die gibt es bei, ja, Diamond Painting, äh, als Diamond Painting zu kaufen. Sogar als Strass, den Strass, glaub ich. Müsst ihr einfach mal gucken. So, dann haben wir auch noch, was haben wir hier, Savasi-Art. Savasis-Art, da bekommt ihr allerlei Stifte und Zubehör. Einfach auch mal da vorbeischauen. Dann, genau, das war die Neueröffnung vom Online-Shop. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel bei Your Diamond Painting auf den Online-Shop draufgehen. Da unten ist die Adresse eingeblendet. Your Diamond Painting.at Einfach mal draufgehen, euch mal angucken, was Your Diamond Painting alles so Schönes an Bilder hat. Ähm, und die haben wirklich viele schöne Bilder. Ähm, ich muss mich immer zusammenreißen, weil ich, äh, sonst hab ich hier nachher die ganze Hütte voll. Und, äh, das muss ja nicht sein. Also, das heißt, wir haben einmal Pitcho-Moon-Art, einfach mal draufgehen. Einfach mal schocken, einfach nur gucken. Und wenn ihr einfach nur mal durchguckt und sagt, okay, das will ich mir, da will ich drauf sparen oder so. Dann schaut euch unbedingt bei Your Diamond Painting auf der Seite um. Ähm, nach den Künstlern. Ja. Also, das, das kann ich wirklich empfehlen. Und die liebe Imaela, ja, wovon ich das Washi-Tape und, äh, das hier bekommen habe. Ähm, die hat zum Beispiel die Diadara auch, äh, auf Your Diamond Painting gebracht. Genauso wie ihre süßen Hasen-Emotes, ja. Und die sind auch bei Your Diamond Painting zu haben. Also, wer noch nicht da war, einfach mal draufgehen. Ja, das ist das, was ich heute so euch zeigen wollte, mal ein bisschen Werbung für machen wollte. Ähm, ich sage jetzt danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich sage ciao bei eure Crazy. Bleibt mir gesund. Tschüssi.